Herzlich Willkommen zum nächsten Spiel unserer German Legends. Hendrik, Tom, Felix und ich sind dahin dabei und auch zum Glück mein Controller gegen. Eben in der Arena ging er nicht gegen den SC von hinten und das ist interessant gegen den haben wir vorhin schon gespielt. Mal gespannt was das hier wird. Ich bin schon wieder hier am rumstöhnen. Bring ne köpfne. Nochmal. Elfer. Das war jetzt wirklich ein Elfer. Hat doch nichts mehr mit dem Ball zu tun. Der Wort. Erste Hektik überwinden. Kopfball. Ja, renn du. Wieder. Oh, nicht durchgekommen. Hendrik auf deine Seite. Was ist los bei dir? Ja. Ja, sorry. Schön, Goldmann. Ich nehm Obenfahrt auf. Ah, warte noch, warte noch, warte noch. Bring da einfach. Den macht er. Der Fluglager. Schade. Ah, komm spät. Ja, die war scheiße. Der ist stehen geblieben so. Hab ja mal einen guten Dampf nach vorne. Ich hoffe, ich kann die weiterhin hier hinten so bisschen in den Zaum halten. Zieh an, rechte Sense. Was, 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 was? Ich hab den jetzt nicht rausgeholt. Nö, das war ich. Sorry. Was? Das kannst du? Nein, das kann ich nicht. Also ich kann es gerne mal probieren, aber geht nicht. Wenn schon die CPU sowas wie eben macht. Hä, wie ist der bei denen eigentlich? Weil der war raus. Jawoll. Kein Schuss. Boah. Herr, was läuft ja jetzt? War noch abseits? Okay. Ui. Da Töni. Lass mal gucken. Overlay ist ausgeblendet, ja. Boah, ne Töni. Aufnahme läuft auch. Aufnahme läuft. Ja, da müssen wir nur noch gewinnen. Uoio, Arkaio, don't know who. Der macht da nicht den sterbenden Schwan. Abonnieren ist wie gesagt auch immer kostenlos. Und? Ab geht's. Ich komm oben. Ja. Zieh an, Baby. Oh. Was? Wollte der Keeper mal... Ja, Tom, oder? Ja, Mann, ich kündige mich jetzt mal wieder mit dem Tor hier an. Das ist er doch. Boop. Danke. Lass dich. Nach dem Freistoß-Tutorial machen wir heute das Ecken-Tutorial. Ja. Die Ansagen und die Kopfwelle, die laufen doch wie Butter. Der Spieler am Pfosten steht halt außerhalb des Pfostens. Da deckt man das. Da lernt man das schon in einer F-Jugend. Der, der am Pfosten steht, stellt sich immer neben das Tor. Ja. Ich war übrigens immer der, der sich nie zum Kopfball hochgetraut hat und dann immer am Pfosten als erstes war. Das war quasi so an den Pfosten gestellt und steck, ich muss nicht hoch zum Kopfball. Dann kommt ein Ball direkt immer auf dich drauf und dann gab es manche, die sich nicht an den Pfosten gestellt haben, sondern immer nur so ein Spalt dazwischen, dass der Ball... Nee, das hatte ich drauf. Das hatte ich drauf, da ist nie einer reingegangen. Ah, mach Rückraum. Ich stand immer festgeklebt am Pfosten. Ich war quasi die beste Verlängerung, die der Pfosten hätte kriegen können. Der Pfosten hatte seinen Zwillingsbruder am Start, oder wie? Naaah, ah, ah. Oh no. Ja, nimm den noch öfter hoch. Hauptsache, er macht nicht so ein Volletor. Oben hoch. Uh. Oh, nein, ich wollte direkt, Felix! Naaah, das könnte nicht gereicht haben. Sorry, ich wollte hier auch kein Ding. Ne, ich wollte den auch direkt durch haben, da hätte Felix noch richtig Tempo gehabt. Nicht zu viel. Ich dachte eigentlich, ich hab ein bisschen länger gedrückt, aber vielleicht hat er einmal falsch analysiert. Oh nein, jetzt hat der Tempo. Moment ja, aufpassen. Ja. Oh fuck. Abseits. Jetzt Abseits, 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 Abseits. Ne. War kein Abseits. Willst du mich verarschen? Hä, willst du mich verarschen? Der hat den nach vorne gespielt. Der war aber mal tausendprozentig Abseits. Der war ja vorm Verteidiger. Also, ich hab jetzt nicht abgebrochen, ich wollte den schon verteidigen, ich bin ja nicht drangekommen, aber es war einfach die entscheidende Absatzposition. Schiri hat nicht die Fahne gehoben. Das können wir uns nachher nochmal anschauen oder so. Geh außen durch. Nochmal. Getunnelt. Und bringe. Schön Jungs. Ach. Haben wir noch? Oben. Oben wieder. Oh. Warum macht der den immer nichts? Alter. Freistoß. Echt? Nice. Freistoß. Den hätte er nur mit rechts anregen müssen. Wollen wir es versuchen? Ne. Tom, stell dich mal vor die Mauer. Dreh dich dann raus oder spiel uns durch. Aber Hauptsache du hast den da. Schade. Oh, schade. Aber gut gespielt. Bisschen. Vielleicht angedrehten oder... Ich hab jetzt nur Schuss gedrückt und nicht mal geteimed finished. Alter, ich wollte meine CPU anspielen. Und dann sprintet ihr weg. Oh. Yes. Schön direkt weitergeleitet. Alter. Oh. Der soll den außen rum spielen. Ohlala. Was nehmt der den aber auch? Oh. Ohlala. 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 Geil. Richtig geil. Ich hab' komplett drüber geballert, ey. Was hat Dynamo im Bruch in den Aussehen gekriegt? Ohlala. Ohlala. Ich hab' nicht dran gedacht. Gott. Torwart. Ohlala. Mann, hätt' ich dran denken können. Das ist so lächerlich, das... Wie kann FIFA die auch... In 1,4 oder 2 GB die jetzt als Update waren. So was? Weil du in Ultimate Team dich halt nicht selbst freilaufen kannst, fixen die das nicht. Sobald das in Ultimate Team bekannt wäre, würden die es ja so schnell wie möglich fixen. Weil da einfach das Geld fließt. Oh man, war auch dumm. Genau in dem Moment wurde es da dazugestellt. Ah, dann hat er sich wieder versteckt. Schön. Ah, scheiße, ich hätte vielleicht erst mal den anderen Atom oder das anspielen sollen, nicht den. Er hatte nämlich zu wenig Power, ne? Und jetzt, ja. Geht da hinten. HBB, HBB. Oh man, den hatte ich. Dann komm, ist noch alles drin. Ja, das ist nur 2-1. Oh nein, wir hätten es ja auch machen können. Oh mein Gott, die fühlen so dumm. Ja, egal. Weil die stehen tief hinten drin. Weiter. Mach mal. Jawohl. Laufen die sich aus mir über den Haufen. Durch Mitte. Er macht nichts. Doppel. Macht selber. Peace. Ey, ich wollte doch tschüss. Oh Junge. Ich wollte doch tschüss. Ich wollte doch tschüss sagen, ey. Spiele nicht an, oh Mann. Lotta. Lotta. Ja. Der ist noch drin, der ist noch heiß. Safe. Oben, ich geh. Hopp. Tom, bitte. Renn weiter, Lotta. Kommt direkt. Ach so. Der Punkt kann am Ende übrigens entscheidend sein. Ich glaube wir brauchen irgendwie 10 Punkte für den Aufstieg. Okay. Ich sag mal halten, kriegen wir schon irgendwie hin. Haben noch 7 Spiele zur Verfügung. War jetzt nicht so schlecht, was wir gemacht haben. War unter 85, Alter. Stabil. Und dafür war die CPU in 79, 79, 81er, 2, 77er, dann ZDM. Ey, boah. Du kannst halt spielen wie du willst, wenn der Gegner so einen Abschluss macht. Ja, dann... Das ist so dumm, ey. Ich fände den Ausgleich schon ein bisschen schade, aber... Weil es auch abseits war, dachte ich. Kimmel Kruse im Gegnerteam. Grüße gern raus. Ist ja echt low, ohne zwei Gegentore zu kriegen. Der eine wird so durchgesteckt und das erste war halt abseits. Also ich weiß nicht, ich muss mal vielleicht echt mit meiner Aufnahme dann auf Stop drücken oder so. Also meiner Meinung nach war das abseits. Ja, weil er hat nach vorne gespielt. Und ja, mein Verteidiger... Ja, er war halt vor deinem Verteidiger... vor dem letzten Verteidiger war der Typ, ja. Ja, außer es ist Classic FIFA und in dem Moment hat er grad sein Bein ausgestreckt, so. Oh, ich denke das war... äh, das war der... Ding. Ja, auch erstmal ruhig, genau, dass der wieder aus seiner Position kommt. Hast du noch... Spiel Tom? Äh, ne, ich weiß nicht. Oder so. Ja. Felix? Ah, nein. Hätte ich... Anders ansagen oder spielen sollen, das war eh zu riskant. Hätte aber haben können. Der da außen. Ja, schieß. Boah. Ab in die Fresse. Oh, schade. Ach, komm. Ach, ihr geht da nicht durch, alter. Und? Boah, du musst dir ja festhalten. So geil. Hendrik schießt und danach sagt er erst... Oh Mann! Nochmal Mitte. Oh Gott. Was? Was? Das war blind geflankt. Oh shit. Na, können sie von da auch? Ne, ist ja kein Abschluss, ne? Ach, das war ja wohl meiner. Ja. Schwingen genau an. Jetzt kommt der große da in der Mitte. Oh, Alter. Ja. Tom? Ne, 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 ne. Flanke? Kommen wir nochmal hinten rum. Oder so. Bitte. Gerade. Hilf. Und? Da kommt die Reingabe. Unten. Na scheiße. Da hab ich nicht aufs Radar geguckt. Maffei. 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 Ach komm. Nimm den dir hoch wie du willst. Wieder? Wieder wieder? Ja. Ja. Au. Steht die vom schisten da nicht, hm? Ja. Schön. Steht Tom auf und dann macht er... Oh. Ich krieg den GGS Block. Hier komm. Jetzt sind's aber mehr im Strafraum. Ja. Reicht nicht. Oh. Klär dir doch. Drück was. Ich hab was gedrückt, aber er hat nichts gemacht. Er auch nicht. Er auch nicht. Er auch nicht. Alter, was ist los? Torwart? Jetzt nicht. Da hat er jetzt gar keinen Bock. Überlaufer? Ja, aber dann. Na dann. Fuß dazwischen. Und dann geht's wieder nach hinten. Ach, eingespeichert. Diese Scheiße war doch im FIFA 18 nicht. Kannst du mal auf Offensiv stellen, Daniel. Hab ich gerade. Warte schon. Hendrik, du? Außen? Ja, ich versuche mich da dran zu hängen. Oh Gott. Ich geh unten. Haltet noch, haltet noch. Oben, Mitte. Oben, Mitte. Oh nein! Nee, einfach so durchrennen geht halt nicht mehr. Jetzt ist der Ball vor, aber jetzt gut aufgepasst und verteidigt. Hendrik? Jo. Komm, bring ne. Da ist so viel Platz! Oh! Jawoll! Geil! So kann man's machen. Ja. Oh, da die Ekwaren rum. Ja, aber ich hab voll die, voll das Knacken die ganze Zeit aufm Ohr. Ich auch! Gut, dass ihr das auch habt. Ja, ich auch. Ich dachte, die Hälfte ist im Arsch. Und Chris? Ja. Ja. Das war vorhin auch schon irgendwie bei den Games so. Ich hab das Gefühl, dass es irgendwie... Okay, ich dachte das Sack an meinen Kopfhörern. Ja, dachte ich am Anfang auch. Weil die sind auch nicht mehr ganz so in Ordnung. Dann haben die irgendwie einen Sound-Bug noch eingebaut. Wow, GG, Alter. Oh wow. Das ist bestimmt wieder so diese Zusammenhänge im Quellcode bei EA. Ey, du fixt ein Gameplay-Error und dann kommt irgendwie so so... Ein Sound-Error. Jetzt ist das Audio kaputt. Also wenn das Gameplay geht, nö. Warte. Versuch zu halten. Ich komm hinten. Ja. Ich hinterlaufe. Schöner Moment. Und Felix, komm den machst du. Oder da ist er hinten. Oh! Ja, nicht mit... Alter, da kommt der Verteidiger vor. Nee. Zynisch. Sauber dann. Schön gesehen. Dann. Mhm. Ah, du Keeper. Boah. Lässt er einfach drüber laufen. So drüber springen. Ja. Geh durch. Komm Jungs. Anweil... Ich komm wieder, Flanken. Jetzt der Ball mit Schlaf auf. Sauber vorbeigefellt hier. Der auf! Felix. Komm Jungs. Komm schon. Ah, schade. Oh. Nochmal bitte. Oder so. Was? Schade. Ich bin fast... Nein, oh... Weiter außen. Nochmal ablegen. Doch! Alter Leck. Weck. Unten. Nochmal. Mitte. Mitte. Mitte hoch. Ja. Oh, zu lang. Oh, nee. Zu kurz. Weiter. Ablegen. Oh, schade. Ach, scheiße. Ich dachte... Ach, Mann. Oh, zum Schluss haben wir gedrückt. Jetzt. Ja. Zwei, zwei. Naja, immerhin ein Punkt. Kann man machen für einen Auftakt. Ja. Theoretisch vier Sieger oder halt erstmal zwei Siege. Na ja was drin. Vielen Dank fürs Zuschauen und Hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüldüüüüü. Na, tschau. Harriet Watson